Ich möchte dieses Video mit einer einfachen Frage beginnen. Wofür lernt ihr das Programmieren? Lernt ihr es, weil es euch einfach nur interessiert und ihr Hobbymäßig Entwickler werden möchtet? Oder wollt ihr in der Industrie einen Job finden, sucht vielleicht eine Möglichkeit, euch mit der Programmierung selbstständig zu machen und das Ganze dann auch mit einem gewissen Profitinteresse zu betreiben? Wollt ihr also Hobbyentwickler werden oder möchtet ihr professionelle Entwickler werden? Das ist meine Frage. Wenn du diese Frage direkt aus dem Stehgreif beantworten kannst, dann schreib uns doch mal deine Antwort in die Kommentare und sag auch, was genau du denn machen möchtest in der Industrie zum Beispiel oder was du hobbymäßig für Interessen hast. Das würde mich und auch wahrscheinlich viele andere Community-Mitglieder sehr interessieren. Wenn deine Antwort darauf hinausläuft, dass du in der Industrie Fuß fassen möchtest als Entwickler oder du auch selbstständig einfach ein Programmierer sein möchtest und darüber dein Geld verdienen willst, dann möchte ich in diesem Video jetzt mal auf einen Denkfehler aufmerksam machen, den sehr, sehr viele Programmierer haben. Viele Programmierer kommen einfach aus dem Lernen nicht raus. Und jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, man soll doch auch immer weiter lernen. Und ja, das ist schon richtig, aber man lernt ja in der Praxis sehr, sehr viel. Das Problem, das wirklich sehr, sehr viele Programmierer haben, ist, dass sie ständig neue theoretische Dinge lernen wollen, aber diese nie in die Praxis bringen und dann von einem Thema zum nächsten springen, überall in der Theorie natürlich Bescheid wissen, was ja auch cool ist irgendwo, aber damit irgendwie nichts anfangen können. Wenn ihr in der Industrie Fuß fassen möchtet, dann ist es unfassbar wichtig, dass ihr euch ein Portfolio aufbaut, mit welchem ihr euch bei einem potenziellen späteren Arbeitgeber bewerben könnt. Es reicht einfach nicht behaupten zu können, dass man in der Theorie alles weiß. Man muss das Ganze natürlich auch beweisen können und dafür setzt ihr Projekte um. Baut euch ein Portfolio aus eigenen Projekten auf, sammelt diese, habt einen GitHub-Account, wo ihr das Ganze auch vorstellen könnt. Und das ist wirklich das, was euch im Endeffekt dabei hilft, einen ersten Job zu kriegen. Nicht euer theoretisches Wissen, sondern das, was ihr in der Praxis geleistet habt bisher. Es ist natürlich löblich und unglaublich wichtig, dass man immer wieder versucht, in neue Gebiete auch einzutauchen und diese kennenzulernen. Aber tut euch den Gefallen, dass bevor ihr zum nächsten Thema überspringt, ihr das, was ihr gelernt habt, auch irgendwie in einem Praxisprojekt anwendet. Denn wenn ihr das nicht tut, dann lernt ihr das Ganze im Grunde einfach für nichts. Also eigentlich nur dafür, dass ihr es in eurem Kopf drin habt. Denkt doch zum Beispiel einfach mal über die bekanntesten Programmierer nach und darüber, warum diese eigentlich bekannt sind. Beispielsweise ein Bill Gates, warum ist der bekannt? Naja, er hat Microsoft gegründet und ist damit natürlich mitverantwortlich für Windows, ein Betriebssystem, das die meisten von euch wahrscheinlich tagtäglich nutzen. Oder ein Linus Torvalds, warum ist der bekannt? Naja, er hat den Linux-Kernel entwickelt und nebenbei auch mal Git. Oder ein Beispiel für alle Gamer. Warum ist Marcus Persson, aka Notch, bekannt? Naja, er hat Minecraft entwickelt. Ein Videospiel, das Millionen von Menschen Freude bereitet hat. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele. Und warum sind diese Leute bekannt? Naja, nicht weil sie irgendetwas Theoretisches gut wissen, sondern weil sie in der Praxis coole Dinge umgesetzt haben. Und daran sollte man sich auch meiner Meinung nach orientieren, wenn man in der Industrie Fuß fassen möchte. Ich möchte natürlich das theoretische Lernen nicht verteufeln. Es gibt viele Leute, die möchten das einfach nur hobbymäßig lernen und haben ein großes Interesse an diesen verschiedenen Konzepten. Das ist überhaupt nichts, was ich verurteile. Aber wenn ihr in die Industrie wollt, dann müsst ihr in die Praxis kommen. Das wollte ich mit diesem Video einfach mal sagen. In der Videobeschreibung ist übrigens ein Link zu Programmieren starten Premium. In vielen unserer Kurse setzen wir auch Praxisprojekte um, sodass ihr das theoretisch Gelernte auch direkt in die Praxis bringen könnt. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ist eine sehr coole Sache. In Programmieren starten Premium habt ihr Zugriff zu all unseren verschiedenen Programmierkursen. Und ja, wenn du weitere Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal und über einen Daumen nach oben unter diesem Video würde ich mich natürlich auch riesig freuen. In diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder und damit verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen.